Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Mino. Hi. Und heute bin wir Minecraft Hardcore. Hau dir in die dicke Fresse. Äh, nicht Hardcore, sondern das gibt es ja nicht in der Java Edition, aber trotzdem. Äh, Badrock. Äh, Badrock, ja, meinte ich ja. Und wir haben gefühlt hier den... Ja, wir haben hier gefühlt den besten Seat der Welt, weil dort ist ein Wrack und dort ist auch ein Dorf. Also, er ist jetzt nicht der beste Seat zum Survival, aber es ist ein sehr schöner Seat. Schöne Welt, das kann man hier bauen. Warte, da ist das Wrack. Ob der Baumeister bin. Schiff, Wrack. Ich geh zu dem anderen hier. Tschüss. Tschüss. Wie lootet man schnell? Ach, einfach durchs Fenster reinschwimmen. Da oben, das ist irgendwo... Genau. Warte, und jetzt einfach chest reingucken. Einfach kurz reingucken. Rechtsklick. Ja, geh mit. Nimm einfach alles mit, schnell. Ja, wie denn? Schnell! Doppelflick! Geh wieder hoch, geh wieder hoch! Geh wieder hoch! Erstmal Blasen wieder auf... erfrischen. Soll ich jetzt? Hier ist ein Fullwrack. Soll ich jetzt wieder? Warte erst mal, bis deine Herzen vorlösen. Dann geh schwarz ins Boot. Geh jetzt ein Trident, Zombie, Drowned. Ähm... Sechs Maragde. Mond ist gut. Ja, ich krieg auch schon Schaden. Ähm... Es wird knapp. Aber wir schlafen es. Okay, jetzt hab ich ja Full. Denk dran. Also, ich glaub, du hast nur eine Kiste. Ich hab jetzt nur noch eine Schatz... Kiste. Und... Jetzt wieder einfach raus. Einfach schnell raus. Da Fenster rein genommen. Okay, dann schau ich mal, was ich alles so bekommen habe. Okay. Also, 13 Eisen. Ja, das schon. 1 Goldklumpen. 8 Lapis. Ja, also nicht besser, Chase. Aber... Willst du da noch mehr bei dir? Oha, guck mal! Ich wusste gar nicht, dass es geht. Jetzt wüssten wir als Kopf angezeigt werden. Oha, und jetzt mal hier hin, jetzt geh zum Dorf. Hier... Nee, zum Schatz. Also zum Schatz? Es gibt einen Schatz. Schatzsuche... Schatzsuche... Der musste da sein. Wo? Da. Die sind immer am Ufer, ne? Ja. Gott, ich weiß gar nicht, wie man die Chunkborders angucken kann. Sooo... Da wären wer, der müsste... Irgendwie hier sein. Ich grad mal ein bisschen noch. Soll ich hier helfen? Genau, hier irgendwo. Hier. Warte. Warte, ich will einmal... Äh, 4? Nee. Okay, hier müsste einfach ein... Oh, scheiße, warte. Ich warte mal kurz zu, warte. Das blöd ist blöd mit dem Wasser. Genau. Ich warte mal kurz zu, warte mal kurz zu, warte mal kurz zu. Ich bin hier gar kein Enderman. Achtung, Achtung, Achtung! Zurückdreht! Rückdreht! Rückdreht! Rückzug! Rückzug! Nein! Einfach weglaufen! 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 Aua! Ich geh ins... Ich geh ins... Ich geh ins Wasser. Mit dem Boot. Soll ich? Ja, stimmt. Boot ist gut. Aber fahr immer. Bleib immer in Bewegung. Und... Kannst du das jetzt tütteln? Nein, bin ich nicht. Gibt's hier... Heu... 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 Aaron Golem... Moin Meister. Ja. Hallo! Okay, hier ist die Brauerei. Hast du ein Essen für mich? Ich brauch Essen. Hier ist eine Brauerei. Oh, ich dachte grad, ich hätte... Und jetzt? Und du hättest ihn so... Hilfe! Ich fühle mich hier echt unwohl. Alter, ich sterbe gleich. Und du kannst nicht verholen. Oh! Hier! Ja, wenigstens so im Feld. Ich... ich ernte das mal, ja? Ja, bitte! Nimm schon vielleicht Betten mit? Hast du das... Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln sind easy anzupflanzen. Kompasseln. Musik Kompasseln. Ja, wir sind hier in der Zukunft. Der ist ein Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020